ja was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von hitman so es geht weiter so ich brauche jetzt ein bisschen geduld wieder weil ich diese ausrüstung brauche ich diese was brauche ich mir elite soldatrüstung hier ist eine kiste da kann ich ihn verfrachten nachher kann ich ihn so nicht übernehmen take that i take that i take that i take that so 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 Stören Sie die Vernehmung? 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 Ich kann aber nichts zu machen. Ist das ein Bug, sag mal? Ich seh auch nichts rotes bei mir. Leute, ich hab keinen Plan was ich hier machen soll. Ey, wie bescheuert ist das denn? Ey, tut mir leid, ich kann mir jetzt nicht über eine halbe Stunde warten. What the fuck? Ach Leute, ernsthaft? Das ist jetzt euer Ding hier, oder was? Ist doch schon wieder scheiße sowas. Ich hasse sowas. Ich kann sowas nicht haben, ehrlich. Ehrlich? Wo bin ich denn hier? Auf was soll ich jetzt warten? Drei Stunden? Vier Stunden? Fünf? Ehrlich, ich hasse sowas wie die Pest einfach nur. Das alles ganze Scheiße wieder von vorne, weil das so geil ist. Oh meine Fresse, ne. Äh, ne. Alright, we're in position, gentlemen. Do not abandon the principle. Stay alert. On it war. Wie geil ist das denn? Das ist wieder so geil wie alles gelöst. Ey, das ist krass, Alter. Das ist krass. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wo ich bin. Und ich weiß auch genau nicht, welcher Speichelpunkt wo ist. Ach du Scheiße. Ist das schwachsinnig, Alter. Ich glaub das wirklich nicht. Das ist von mir genial gespielt und jetzt macht mir das Spiel ja einen Strich durch die Rechnung. Ich weiß nicht, ob sie kommt oder ob sie kommt. Ja, ob sie kommt. Ich hab keine Ahnung. Was Rotes tut sich bei mir noch nicht auf. Doch, das war's. Das sieht aus für mich wie ein Pack. Ich muss noch wieder rausgehen. Ey, was ist hier los, Mann. Ey, Mann. Ich muss mir mal erklären, was jetzt hier Sache ist. Was? Ey, das ist auch hier. Was? Was? Das ist das, was es macht. Es ist eine Freelie-Printer. Es schreit die Dinge in... Warte, Mann. Es gibt drei Dimensionen. Ich weiß, was es macht. Ich habe nur einen schweren Moment überrascht. Können wir unsere eigenen Weapons ausbauen? Klar. Vielleicht eine kleine Beine, für etwas wirklich spezifisch. Es ist eine schöne Technik für Assassins. Aber die alten Weapons sind immer günstiger. Das ist geil. 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 Was? Was ist der Mannschaft dich dran? Was? Ready to engage, sir. I saw what you did. Ready to engage. Nice and easy. Will someone help me? Get the package out of here. Move! There's a fight. Okay, tell me right now what I'm doing. Why is he hunting me like an animal? Help me! Er funktioniert so nicht. Ey, wie bescheuert ist das denn jetzt? Alter. Die bewegt sich keinen Millimeter von dem Platz wo sie ist, Alter. Ach Gott. You gotta kill me. Die bewegt sich keinen Millimeter. Jetzt wollen wir gegen diese drei Leute und die anderen. Wie scheiße ist das denn jetzt? Ja, man. You got to be kidding me completely. Wie kann man es machen? Ich kann im Prinzip machen was ich will, weil hier passiert sowieso nichts. Was ist das dumm? Wie soll ich dich jetzt umbringen? Wie soll ich ein bisschen植 Die sind immer noch da oben, ne? Setze ich da jemand in Bewegung? Die sind immer noch da oben, ne? Die chillt doch nach wie vor, ne? Geil! 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 Ich muss irgendwas versuchen! Geil! 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 Ich bin sehr entschuldigt.